Mondscheibe Als Mondscheibe bezeichnet man den Vollmond, der als eine runde Fläche erscheint. Es gab auch Zeiten, wo Menschen gedacht haben, dass der Mond tatsächlich eine Scheibe ist. Wo Menschen vielleicht sogar gedacht haben, dass der Mond tatsächlich abnimmt und zunimmt. Und besonders schön war dann eben der Mond, wenn er eine volle Scheibe ist. Natürlich, wir wissen heute, und die meisten Völker wissen es auch schon seit Jahrtausenden, dass die Mondscheibe keine Scheibe ist. Und dass der zunehmende und abnehmende Mond nicht wirklich zugenommen und abgenommen hat oder zunimmt und abnimmt, sondern einfach der Schatten der Erde, von der das Licht der Sonne wegnimmt. Und deshalb erscheint es so, als ob der Mond zunimmt und abnimmt. Trotzdem ist es besonders schön, Vollmond zu sehen. Und in einer Vollmondnacht fällt es besonders leicht, tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Insbesondere, wenn man die Mondscheibe anschaut und so die Energie des Mondes ganz auf sich wirken lässt. Bis zum nächsten Mal.